Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, dem Drachenburschen. Es ist ein Infovideo, es ist genau gesagt das Infovideo Nummer 1. Ja, ich weiß, es gab schon mal ein Infovideo Nummer 1. Allerdings habe ich mich entschlossen, das Infovideo Nummer 1 nochmal aufzunehmen, denn ja, damals hieß das Infovideo mein neues Mikrofon oder irgend sowas. Und ja, das wird es ja wahrscheinlich auch dieses Mal werden, der Titel. Allerdings ist mein neues Mikrofon nicht mehr das Tibone SC440, was ihr momentan hört, also was ich euch hier gerade pranziere. Nein, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft, dazu sage ich später in diesem Video noch mehr. Jetzt will ich euch erst nochmal zeigen, was mein ganz erstes Mikrofon war. Da gibt es jetzt hier nochmal einen kleinen Ausschnitt davon. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk. Genau, das ist mein erstes Let's Talk und ich wollte mich so ein bisschen damit beschäftigen, ja, was für Fehler beim Let's Play auftreten können. Und viele von den Fehlern sind eigentlich ganz leicht zu beheben, wenn man nur darauf achtet, dass man sie nicht macht. Das, was ihr da gerade gehört habt, war ein Logitech Desktop-Mikrofon, ein analoges Desktop-Mikrofon von Logitech. Da gibt es nämlich auch noch eine Variante mit USB. Ob die so viel besser klingt, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich schon etwas besser, weil die ja eine Soundkarte verbaut hatte und das andere nur über mein Netbook lief und die Soundkarte, die eingebaute vom Netbook, war natürlich nicht so toll. Aber allgemein, das Mikro war auch einfach nicht gut. Also kann ich keine Kaufempfehlung für aussprechen. Hat ja auch nur 15 Euro gekostet. Das ist das Mikrofon, was ich jetzt momentan noch habe, also was ihr jetzt auch gerade in diesem Video noch hört. Das T-Bone SC440, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, besonders für Einsteiger in den Display-Bereich, weil es doch wirklich sehr günstig ist. Also für 59 Euro, da kriegt man eigentlich kaum was Besseres, muss ich sagen. Ich hatte mir das T-Bone SC440 damals im sogenannten Podcast-Bundle geholt. Da war natürlich einmal das T-Bone SC440 USB drin, also das, was ihr ja jetzt auch gerade noch hört. Dann war da noch ein Ständer mit dabei, der ist allerdings nicht so stabil, also den würde ich nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich benutze ihn zwar immer noch, immer noch, weil ich mir keinen neuen gekauft habe, aber naja, Empfehlung gibt es dafür nicht. Millennium MS 2003 hieß der übrigens. Genau, dann war natürlich noch ein Popkiller dabei, MS 180 heißt der, ist auch von T-Bone und den kann ich eigentlich empfehlen, der ist eigentlich ganz gut. Also ihr hört ja eigentlich auch, dass ich so diese P und T laute, dass die eigentlich recht gut unterbunden werden von diesem Popkiller. Da war noch diese Magix Samplitude 11 Silver Sequenzsoftware dabei, keine Ahnung, habe ich mir nie angeschaut, habe ich auch ehrlich gesagt nie gebraucht. Wenn ich irgendwas aufgenommen habe, also sprachlich nur Sprache aufgenommen habe, dann habe ich das hier mit Audacity gemacht. Ist sowieso das beste Programm dafür und vor allem es ist kostenlos. Ja, was fehlt noch? Genau, es gab noch eine weitere Sache, die in diesem Podcast-Bundle mit drin war, nämlich das Pro Snake USB 2.0 Extension Kabel, also im Prinzip ein Verlängerungskabel für USB und zwar ein 3-Meter-Kabel, das habe ich zwar bis jetzt auch noch nicht ausgepackt, weil ich es bisher noch nicht gebraucht habe, aber ich denke mal ein 3-Meter-USB-Verlängerungskabel, irgendwann kann man sowas immer mal brauchen. Also sollte man, ja, macht man auf jeden Fall keinen Fehlgriff mit, genau. Was haben wir sonst noch? Eigentlich nichts mehr, das war alles erstmal und genau, das gesamte Podcast-Bundle hat damals 89 Euro gekostet. Naja, wie gesagt, ich habe jetzt etwas tiefer in die Tasche gegriffen für mein nächstes Mikrofon. Dazu werde ich aber mit dem neuen Mikrofon noch mehr sagen, also zu den Gründen, warum ich es mir geholt habe und natürlich auch, wie viel es gekostet hat und ob ich es weiterempfehlen würde und so weiter. Also seid gespannt und ihr hört mich gleich mit dem neuen Mikrofon. Bis dann. Mein neues Mikrofon ist das Rode NT1A. Da ist unter anderem noch eine Spinne mit dabei, damit man das ganze Ding auch am Ständer befestigen kann. Dann ist in der Spinne noch integriert ein Popschutz, also damit ihr eben diese Pern-T-Lauter nicht hört. Das habe ich euch ja auch schon beim T-Bone SC440 erzählt gehabt. Dann ist da noch ein XLR-Kabel mit dabei. Irgendwie muss man das Ganze ja auch anschließen. Das XLR-Kabel ist 6 Meter lang, also ist wirklich lang genug. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Dann ist noch ein kleiner Staubschutzbeutel dabei, damit das Rode NT1A nicht einstaubt. Und noch eine Lea DVD Studio Secrets. Keine Ahnung, ob man das Ding braucht. Ich habe noch nicht reingeschaut. Denke ich werde ich auch nicht machen. Brauche ich eigentlich nicht. Ja, von der tonlichen Qualität könnt ihr euch hier selber gerade überzeugen. Ist eigentlich ziemlich geil. Vor allem das Rauschen ist absolut weg. Und das hat mich ja immer bei meinem anderen Mikrofon gestört, dass es so gerauscht hat. Und ich habe immer gedacht, das ist der Computer, den man hört, also den Rechner, dass der so laut wäre, dass man ihn hören würde. Aber das war gar nicht der Rechner. Das war wirklich das alte Mikrofon, was einfach so gerauscht hat. Also ihr müsst mich jetzt auch ein bisschen lauter stellen, sonst hört man den Unterschied wahrscheinlich auch gar nicht so krass. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied. Na gut, das Ding hier kostet auch deutlich mehr. Das kostet nämlich 189 Euro. Und das ist schon eine ziemliche Investition. Aber bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden. Und ich denke, es war auf jeden Fall gut investiertes Geld. Da das Ganze ein XLR-Mikrofon ist, kann man das natürlich nicht einfach über USB an den Computer anschließen. Ist ja klar. XLR-Eingang hat nicht jeder Computer. Da braucht man eine Soundcard, die so einen Eingang hat. Oder man kauft sich eben ein Audio-Interface, an das man das XLR-Mikrofon anstecken kann. Und das man dann, also dieses Audio-Interface, steckt man dann mit USB an den Computer an. Und das habe ich auch getan. Und zwar habe ich mir das Scarlett 2i2 geholt von Focusrite. Das ist ein ziemlich schickes Teil. Ich hätte gedacht, es ist ein bisschen größer. Es ist so rot. Ja gut, ihr seht jetzt hier eh gerade das Bild. Also wisst ihr, wie es ausschaut. Ist auf jeden Fall sehr schick. Und ich denke, das ist auch ziemlich gut. Also 135 Euro ist nicht billig. Aber ist auf jeden Fall gut. Vor allem es hat Phantomspeisung. Das braucht das Mikrofon hier auch. Und ja, da ist wunderbar. Kann ich auch die Kopfhörer anstecken an das Audio-Interface. Das ist eigentlich eine ziemlich lustige Sache, weil man hört sich jetzt selber die ganze Zeit. Und also es gefällt mir. Irgendwie ist es lustig, wenn man sich selber die ganze Zeit hört. Ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig noch am Anfang. Aber ja, doch. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Macht Spaß. Und dadurch kann man natürlich auch den Sound dann besser abstimmen. Also den Ingame-Sound und natürlich den eigenen Sound, den man so hat. Das Mikrofon habe ich mir auch als kleines 500-Abonnenten-Special für euch überlegt gehabt. Weil ich mir, ja, weil ich überlegt habe, was kann ich als 500-Abonnenten-Special machen, wo ihr wirklich Freude dran habt. Also wo ihr langfristig auch was von habt. Weil wenn ich ein Special mache, da habt ihr vielleicht eine Viertelstunde was von. Ist für mich eine Woche Arbeit. Und naja, schaut ihr einmal an und dann ist auch gut. Aber bei einem Mikrofon, da habt ihr wirklich länger was. Also das hebt ja die Qualität der Videos. Und ihr seid ja hier auf meinem Kanal, weil ihr meine Videos schauen wollt. Und ja, deswegen finde ich das auch ziemlich gut und eine gute Investition in Zukunft. Und ja, hoffe einfach, ihr werdet noch viel Spaß mit meinen Videos haben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu den Mikrofonen, zu meinen alten, zu meinem neuen, was auch immer, schreibt es in die Kommentare. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch Zeug. Also die Links zu den verschiedenen Sachen, wo ihr die kaufen könnt. Und was da jeweils alles noch mit dabei ist. Findet sich dort. Und ja, Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und ja, bleibt mir nur noch eins zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Servus.